Darf schon, aber es tut keiner. Sehen Sie sie irgendwo, vorher, vor der Weltmeisterschaft? Nein. Es ist irgendwas anderes geworden dadurch, sodass die Leute doch mehr traute haben, sie auch wirklich aufzuhängen. Als Land sind wir doch oder als Staat stellen wir doch schon was dar, aber dadurch, dass wir den Krieg damals verloren haben, haben wir dann immer nur einen auf den Deckel gekriegt und das ist natürlich dann nicht so schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017